Mopi Mopi, wenn Peti lieblich flötet, darfst du doch nicht pauken. Wie eine Dampframme. Dampframme. Ich brauche ist der feierige Strip. Kipp, kipp, kipp. Eure Tracks, kipp, skipp, skipp. Alles was ich schreibe, der nächste Hit, Hit. Hab am Haus dabei und ich kipp, kipp, kipp. Alles was ich brauche ist der feierige Strip. Meine ganze Gang am Chin, meine besten Hin, Butterbrot mit Weed, ja das musst du testen. Juni, meine Vibes sind so schön, so geschmeidig. Noch ne Prinze mit Salz macht dich neidisch. Und ich zeig dir, du kipp, du kipp, du dreck, sau. Graf Science in der Landesgarten, schau. Du bist besser, der Rest kannst du nett sehen. Mit zerrissner Hosen kannst gleich wieder gehen. Guck mal, Chet, ich sag euch eine Sache, ja. Guck mal, ich sage, die Jungs gerade in Bayern, die gehen richtig ab. Ich sage, in Bayern hören das gerade alle. Weil die Leute, die auch so einen Akzent haben, die fühlen das noch mehr. Ich sage, die Leute, die so einen Akzent haben, die fühlen das noch mehr und wir fühlen es ab. Die drippen richtig ab. Weil da, bei denen ist alles gut. Und Chet, ich sag euch eine Sache. Die machen jetzt zwar sehr, sehr underrated Videos, ne. Aber ich würde tatsächlich an deren Stelle mal so ein richtig nices Video machen. Ja. Dass vielleicht meinetwegen zu Weihnachten ein Weihnachtssong kommt mit einem fetten Video, dass der, dass, dass der Bayerisch-Tipp richtig reinschallert. Wisst ihr, was ich meine? Lasst mal ganz kurz, lasst mal ganz kurz äh, diskutieren darüber, wie ihr das Video machen würdet. Von Säftig, Kneftig. Säftig. Kneftige Notes. Wie würdet ihr ein Video machen von denen? Wie würdet ihr reingehen? Alles gut? Oder man nennt den Song Alles gut? Und ich bin mit dem Feature dabei. Mit Kühen auf dem Feld? Ja, aber so ne Dürndl-Dame darf auch nicht fehlen. Im Oktoberfest Video machen? Mhm. Ja. Also, Chet, wer sieht mich denn im Feature? Ich hau mir zwei Promille rein, äh, zieh mir so ein Dings an, hab so ein Maß in der Hand und dann mach ich mit Säftig-Knäftig, mach ich einfach ein Feature. Vielleicht zieh ich mir auch das Dürndl an. Mit den, schön mit den Alpen im Hintergrund und nen Hut. Chet, wir haben jemanden im Chat. Moment. Ich lese einmal ganz kurz vor. Der Gandals schreibt, ich mag deine Art nicht. Dann ist alles gut. Ist alles gut, Chet. Ist alles gut. Ist alles gut. Okay? Ist alles gut. Sehe ich dich. So kommt der Hype auch zurück. Perfekt. Hype ist nämlich vorbei. Es läuft einfach nicht mehr. Es läuft nicht mehr. Alles war gut? Okay, alles gut. Weiter geht's. Wir gucken rein. Besser als alle. Wir gucken weiter rein in die Reaction. Sir Hannes Einschreibt. Weiß jemand, wann Micky on kommt? Also da, mein lieber Freund der Sonne, bin ich wirklich überfordert. Was ist los? Ich glaub, bei dir ist nicht alles gut, oder? Kann das sein? Du fragst dich, wann ich online komme. Hallo? 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 Was ist denn los? Und zum Beispiel der andere schreibt rein, unsympathisch.de hat gerade ein Video hochgeladen. Da seh ich nichts. Gerade Neues von unsympathisch. Unsympathisch.de hat kein neues Video hochgeladen. Vor 21 Stunden hat er ein neues hochgeladen. Aber danke dir. Vielen Dank. Das ist nur ein Video. Ja, genau. Hier ist nur ein Video, Chat. Das hier, das hier ist nur ein Video. Okay, wir gucken den Bayerisch-Trip zu Ende. Wo war dann für fünf Monate? Alles, was ihr gerade macht. Ich chill mit Brüdern, das Klirte, die Maus, die Weißbier, das ist alles geschaut. All meine Freunde, die sagen, das ist der Beste, der Neiste macht New Shit. Deutschland ist ready. Ist Deutschland ready für Trap mit der Bayerischen... Eure Tracks, Gips, 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 Gips. Alles, was ich schreib, wird der nächste Hit, Hit. Hab ein Maus dabei und ich kipp, 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 kipp. Alles, was ich brauch, ist der Bayerisch-Trip. Eure Tracks, Gips, 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 Gips. Alles, was ich schreib, wird der nächste Hit. Also, ich fand das erste Ding mit Döndel-Weed, fand ich besser. Döndel-Weed fand ich besser, als Bayerisch-Trip. Hit, Hit, ein halber Maus dabei und ich kipp, 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 kipp. Alles, was ich brauch, ist der Bayerisch-Trip. Die Achse, Lied, die doch. Die Madel sind schon voll. Wirpuff einer noch, der Sau macht mich stark. Die Achse, Lied, die doch. Wir sind mal wieder da. Wirpuff einer noch, der Sau macht mich stark. Ich hab voll Bock auf ein Brezel gerade. Okay. Also, wie gesagt, zu Weihnachten will ich einen richtigen Brecher-Song haben. Eure Tracks, Gips, 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 Gips. Alles, was ich schreib, wird der nächste Hit, Hit. Hab ein Maus dabei und ich kipp, 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 kipp. Alles, was ich brauch, ist der Bayerisch-Trip. Eure Tracks, Gips, 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 Gips. Alles, was ich schreib, wird der nächste Hit, Hit. Hab ein Maus dabei und ich kipp, 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 kipp. Alles, was ich brauch, ist der Bayerisch-Trip. Kipp.